Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man bei Windows 10 gelöschte Daten, wie zum Beispiel Musik, Bilder, Videos oder Dokumente, wiederherstellt von der Festplatte oder von der SSD. Um seine gelöschten Daten wiederherzustellen, braucht man bei Windows 10 gar nicht viel. Da kann man ins Internet gehen und sich ein Programm runterladen. Das kostet nichts. Das ist dieses Programm TestDisk. Das beinhaltet das Programm PhotoRack. Das kann man sich runterladen. Das ist ganz klein und damit kann man seine Daten wiederherstellen. Hier kann man sich das Programm runterladen. Das ist die Seite cgsecurity.org. Den Link, den findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und so sieht die Seite aus. Da kann man hier runterscrollen, findet hier diesen grünen Download-Button. Da kann man draufklicken und hier links sieht man noch verschiedene Versionen. Das gibt es auch noch für das alte DOS oder Windows 98, dann hier Windows 64-Bit. Gibt es auch für Linux oder hier für Macintosh. Und ich habe hier Windows 10 drauflaufen und lad mir das mal runter. Hier habe ich jetzt meinen Download-Ordner und da sind verschiedene Programme schon drin gewesen. Und runtergeladen habe ich mir eben dieses TestDisk-7.0-Win. Da klicke ich mit der rechten Maustaste drauf bei Windows 10 und klicke hier auf Alle extrahieren. Dann schlägt es hier den Ordner vor. Der ist OK. Klicke ich auf Weiter und dieses ZIP-Archiv wird entpackt. Und hier ist es dann. Da habe ich einen Ordner wieder, der heißt TestDisk-7.0. Klicke ich mal drauf und da finde ich verschiedene Programme drin. Das ist also jetzt der Inhalt des entpackten Ordners. Da gibt es hier verschiedene Dateien. Die meisten brauche ich gar nicht. Und hier sind eigentlich hauptsächlich zwei Programme interessant. Einmal hier dieses Photorec Win und dann einmal dieses Q-Photorec und dann auch Win. Und das sind ausführbare Programme. Ich starte einfach mal das linke hier, dieses Photorec Win. Und da muss man hier das nochmal bestätigen, auf Ja klicken. Und das ist die Version von Photorec, die hier textbasiert ist. Also hier habe ich ein Textinterface. Einige kennen das bestimmt schon. Das möchte ich aber jetzt nicht benutzen. Da gibt es was Neueres. Das schließe ich wieder das Programm. Das Neuere ist hier rechts, dieses Q-Photorec Win. Und da klicke ich mal drauf. Das starte ich mal. Muss man auch wieder bestätigen, dass da Änderungen am Computer vorgenommen werden können. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Und das sieht dann so aus. Mit diesem Programm Photorec 7.0 kann ich also extrem einfach Daten wiederherstellen, die aus Versehen oder absichtlich gelöscht wurden. Entweder von einer internen Festplatte oder hier von so einer externen Festplatte. Das geht da auch. Ich kann auch Daten von einem USB-Stick wiederherstellen oder von einer SD-Karte oder eben auch von einer SSD. In dem Video möchte ich jetzt mal zeigen, wie man Daten herstellt von der Festplatte, die im Rechner oder auch in einem Notebook, das ist das gleiche praktisch, eingebaut ist. Also diese hier zum Beispiel, ohne dass man die Platte ausbaut und an einen anderen Rechner anschließt und ohne dass man sich einen Live-USB-Stick erstellt und von dem booten muss. Wenn ihr also einen Rechner habt, so wie diesen hier, da läuft Windows drauf oder Notebook, das ist ganz egal. Und eure Daten sind aus Versehen oder absichtlich gelöscht worden, zum Beispiel von einem Virus oder ihr habt aus Versehen einen Ordner in einen Papierkorb geschoben. Dann gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die Daten mit dem Programm wiederherzustellen. Möglichkeit Nummer eins ist, ihr baut die Platte aus und schließt die mit einem Adapter an einen anderen Rechner an oder ein anderes Notebook und lest dann mit dem Programm Fotorek hier die Daten aus, die gelöschten Daten von dieser Platte. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, die zeige ich auch in einem anderen Video, aber es gibt noch zwei andere. Möglichkeit Nummer zwei ist, ihr lasst die Platte mit den gelöschten Daten in dem Rechner drin oder auch in dem Notebook und erstellt euch einen Linux Live-USB-Stick mit dem Programm Fotorek drauf. Das zeige ich auch in einem anderen Video. Dann steckt ihr den Stick in den Rechner oder in das Notebook rein, bootet von dem Stick und lest dann eure Daten hier von der Platte wieder aus und stellt eure Videos, Musikdateien und Texte wieder her. Die dritte Möglichkeit und die zeige ich jetzt mal in diesem Video, das ist die, die am einfachsten und am schnellsten geht. Da braucht ihr überhaupt nichts auszubauen, da braucht ihr auch keinen Bootstick zu erstellen oder ähnliches. Die ist aber immer mit der Gefahr ein bisschen verbunden, dass einige der Dateien verloren gehen oder dass einige der Daten, die gelöscht wurden, nicht wiederherstellbar sind. Hier in diesem Beispielrechner ist eine 1TB-Festplatte eingebaut, also diese hier. Die ist partitioniert in Laufwerk C und Laufwerk D und auf Laufwerk C, da sind ein paar Testdaten drauf und die lösche ich jetzt mal absichtlich. Meine Festplatte, die hier eingebaut ist, ist unterteilt in Laufwerk C. Da sind hier so 613 GB und in Laufwerk D 292 GB. Auf C ist dann Windows drauf und die eigenen Sachen, da habe ich hier ein paar Videos drauf, kann man sich mal anschauen und die werde ich gleich mal löschen, hier die Videos. Und dann sind hier noch drauf diverse Downloads, diverse Dokumente und natürlich noch jede Menge Bilder, so wie man das üblicherweise hat. Und die kann ich dann auch gleich wieder herstellen. Da kann ich hier mal gucken, Laufwerk C, da sind ungefähr 24,1 GB belegt und jetzt lösche ich mal meine Sachen hier, diese Videos, die lösche ich mal alle mit Entfernen. Jawohl, das kann weg. Dann meine Downloads, die lasse ich mal da, die brauche ich gleich noch. Und dann hier die Dokumente, die tue ich mal alle weg. Dann die Bilder, die lösche ich auch mal. Ja, soll alles weg. Und jetzt ist der Ordner leer. Und mit den Windows eigenen Mitteln komme ich da nicht mehr dran, sondern nur noch mit diesem Programm Fotorek. Hier rechts hat man auch jetzt ganz schön gesehen, hier bei der Anzeige, die ist umgesprungen automatisch auf 22,5 GB. Das heißt, ich habe die Sachen hier gelöscht und jetzt wird hier mehr Platz frei. Und jetzt möchte ich diese Sachen mit Fotorek wiederherstellen. Und da muss ich vorher erst mal gucken, was ich hier runterladen kann aus dem Internet und was nicht, um die verlorenen Dateien nicht zu beschädigen. Bevor man jetzt versucht, irgendwelche Daten wiederherzustellen und dann hier mit dem Rechner arbeitet, auf dem ja die gelöschten Daten noch drauf sind, da muss man sich erst mal die Platte angucken. Die habe ich hier mal so ein bisschen symbolhaft aufgezeichnet. So könnte eine Festplatte oder eine SSD aussehen und diese farbigen Felder, das sind die Daten oder die Dateien, die da drauf gespeichert sind. Das hier, das soll die Festplatte oder die SSD sein und das weiße hier, das ist alles frei und hier oben der farbige Bereich, der ist belegt. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese Daten hier löschen möchte, dann drückt man auf Entfernen, markiert die Dateien, genauso wie ich das eben gemacht habe. Und Windows löscht dann die Daten. Was aber passiert ist, die werden nicht gelöscht, sondern die werden nur als frei markiert. Das heißt, wenn ihr mit dem Gerät arbeitet und euch irgendwas aus dem Internet zum Beispiel runterladet, dann kann es sein, dass diese Daten überschrieben werden. Also ihr ladet euch zum Beispiel Testdisk runter, dann wird Testdisk auf der Platte gespeichert und kann durchaus irgendwo hier gespeichert werden. Und hat natürlich dann dummerweise bei dieser Methode, wie die jetzt hier im Video zu sehen ist, eure zu wiederherstellenden Daten gelöscht. Das ist also der Nachteil der Methode, die ich jetzt hier im Video zeige, wie man die Daten in einem laufenden System wiederherstellt. Weil da kann es immer sein, dass in einem laufenden System irgendwas aus dem Netz runtergeladen wird, sei es das Photorex, sei es irgendein Update von Windows. Und während dieser Laufzeit werden die Daten, die man jetzt eigentlich herstellen möchte, überschrieben durch Windows, kann auch durch einen Virenscanner passieren oder durch irgendeinen Cleaner, den ihr installiert habt, dass der hier diese Bereiche dann tatsächlich löscht und die Daten, die man wiederherstellen will, die sind dann endgültig verloren. Der Vorteil ist natürlich, man braucht nichts ausbauen und wenn man das richtig macht, kriegt man das meiste auch wieder hin. Und ich mache das jetzt mal. Ich mache mal diese Zeichnung hier ein bisschen kleiner und das mache ich auch mal weg. Und dann schaue ich mal hier, wie gesagt, das habe ich alles gelöscht, Videos, Musik, ist alles nicht mehr da. Ich gucke mal, ob es im Papierkorb ist. Ne, da ist es auch nicht mehr. Ich habe die Sachen endgültig gelöscht. Da habe ich eben auf Shift und auf Entfernen gedrückt. Dann landen die auch nicht im Papierkorb, sondern dann werden die direkt gelöscht. Also die Sachen, die im Papierkorb drin sind, da sind so Kleinigkeiten noch, die lösche ich auch nochmal. Und ich habe das Testdisk ja runtergeladen und jetzt starte ich das mal. Ich starte also hier das Q-Fotorec Win. Hatte ich ja vorhin schon mal gemacht. Drücke hier auf OK und jetzt kriege ich hier dieses Menü angezeigt. Das Menü von diesem Programm Fotorec, das ist komplett auf Englisch. Eine deutsche Version habe ich jetzt hier nicht gefunden, aber das ist nicht allzu kompliziert. Als erstes muss man sich mal aussuchen, wo die Daten sind, die man retten möchte. Das war ja bei mir auf Laufwerk C. Da klicke ich hier oben in die erste Zeile. Da kriege ich dann angeboten, dass Fotorec die komplette Platte durchsucht. Die ganze Terabyte Platte, also 1000 Gigabyte, möchte ich ja nicht. Ich weiß ja, die waren ja auf Laufwerk C drauf gewesen. Und da klicke ich hier auf Laufwerk C. Dann kann ich hier unten links noch einstellen, was das für ein Dateisystem ist. Entweder FAT-NTFS oder HFS Plus. Und das ist ja ein NTFS-System, das steht ja auch hier oben. Das ist also richtig. Hier oben gibt es noch X2, X3, X4. Und das wäre aber nur der Fall, wenn eure Platte mit Linux formatiert gewesen wäre. Das ist aber bei Windows 10 natürlich so gut wie nie der Fall. Und da lässt man das hier unten auf FAT-NTFS. Hier rechts kann man noch einstellen, entweder Free oder Hole. Bei Free, das ist die Standardeinstellung. Dann scannt dieses Programm nur den Bereich, der leer ist auf der Platte. Und ich hatte die Daten ja gelöscht. Und somit ist der Bereich ja als leer markiert. Also ist das die richtige Einstellung. Wenn ihr Probleme mit eurer Platte hier oben oder der Partition habt, dann klickt er hier auf Hole. Aber in meinem Fall ist das so richtig. Die wichtigste Einstellung ist hier unten. Und zwar muss man hier angeben, wohin die Daten gespeichert werden sollen, die dieses Vortorek hergestellt hat. Das darf natürlich auf keinen Fall das Laufwerk C sein. Sonst wird es ja die zu rettenden Daten gleichzeitig wieder überschreiben. Also klicke ich hier auf Browse und wähle hier das Laufwerk D aus. Und klicke hier auf Ordner auswählen und habe hier so die richtige Einstellung für meine Aufgabe. Ganz wichtig nochmal an diesem Punkt. Hier muss auf jeden Fall ein anderer Laufwerksbuchstabe stehen oder eine andere Festplatte, je nachdem wie ihr es kennt, als das, was hier oben steht. Also wenn ihr hier oben, wie ich jetzt, von Laufwerk C Daten herstellen wollt, dann muss hier unten D, E oder F stehen. Da braucht ihr entweder eine eigene Partition oder einen USB-Stick oder so eine externe Festplatte. Jetzt habe ich das alles hier richtig eingestellt und klicke hier unten auf Search. Und dann geht es schon los. Hier sieht man jetzt den Status, wie weit das Programm gerade ist. Hier oben grüner Balken ist schon fertig. Hier sind ungefähr drei Prozent. Das steht hier oben rechts. Und hier sieht man die Anzahl der Dateien und vor allem auch welche Dateien das sind, die es wieder hergestellt hat. Hier oben Scans von Laufwerk C. Das Ziel ist Laufwerk D. Das ist eine ganz gute Übersicht und das muss man jetzt einfach mal so durchlaufen lassen. Fotorek durchsucht also immer noch den gesamten freien Speicherbereich meiner Platte nach Daten. Und da wird es aber jetzt hier in diesem Fall nichts mehr finden, weil ich die Platte heute Morgen ganz neu formatiert hatte, hatte nur Windows 10 drauf gemacht und auch nur die Sachen, die ihr jetzt hier gesehen habt. Also das meiste ist da frei. Ich gucke mir nochmal das Diagramm an, was ich hier gezeichnet habe. Also Fotorek sucht jetzt hier von Anfang an bis zum Ende nach Sachen und jetzt ist es wahrscheinlich ungefähr so hier und sucht diesen Bereich dann ab und findet da natürlich gar nichts mehr drin, weil da nie was gewesen ist. Und aus dem Grund kann ich jetzt in meinem Fall hier das Ganze abrechnen und klicke hier unten auf Quit. Jetzt hat sich das Programm einfach mal so beendet. Das ist natürlich nicht so schön und ich rufe mal den Explorer hier auf, klicke hier mal auf Laufwerk Datenträger D, also dahin, wohin das Programm Fotorek die gefundenen Sachen kopiert hat. Und da sehe ich jetzt hier, da hat es mehrere Ordner angelegt, fünf Stück. Da kann ich mal in die Ordner reingucken. Und sortiere das mal ein bisschen nach Größe durch. Und da sehe ich verschiedene Dateien, die es gefunden hat und hier angelegt hat. Ich hatte ja verschiedene Videos und auch Bilder und Dokumente gespeichert und hier zum Beispiel ein Bild wiedergefunden. Da klicke ich mal drauf und das wird auch ganz richtig geöffnet. Das ist ein Windows Hintergrundbild, weil Fotorek hat ja nicht nur die Sachen gefunden, die gelöscht wurden, die ich gelöscht hatte, sondern die auch das Windows bei irgendwelchen Updates automatisch löscht. Und da ist natürlich alles Mögliche dabei und leider ist es auch ziemlich wild durcheinander. Hier hat es mal ein Symbol und was hat es hier noch? Auch irgendwelche Windows Symbole und da muss man jetzt die Ordner durchsuchen nach den Dateien, die man da wiederhergestellt haben möchte. Ich gehe mal in einen anderen Ordner rein, hier in den zweiten Ordner und sortiere das auch mal nach Größe durch. Klicke ich mal hier oben drauf und das ist eins meiner Bilder, die ich hier drauf kopiert hatte und die ich gelöscht hatte und die hat es jetzt wieder hergestellt. Und mal gucken, ob es da noch ein anderes gibt. Da ist schon das nächste Bild und hier unten, da sind weitere Bilder, die ich hier vorhin drauf gemacht und gelöscht hatte. Ich kann mir das auch alles automatisch anzeigen lassen. Da klicke ich oben in das Zufeld, tippe hier Sternpunkt Stern ein und eventuell noch mal Eingabe, aber das macht es auch automatisch. Dann sortiere ich das Ganze nach Größe und hier ist es jetzt alles, was es gefunden hat, nach Größe sortiert. Und hier hat es Move-Dateien gefunden, also Videodateien, klicke ich mal drauf und das ist also mein Video, was ich da vorhin gezeigt hatte und was ich per Hand gelöscht hatte. Das hat also das Programm Foto-Reck problemlos wiederhergestellt. Hier klicke ich noch mal auf ein zweites Video und das funktioniert auch. Das wurde auch wieder hergestellt. Das scheint auch komplett drauf zu sein. Und hier kann man sich jetzt angucken, nach der Größe sortiert, was da sonst noch drauf ist. Da sind natürlich auch jede Menge Sachen, die man nicht braucht. Irgendwelche DLLs, die Windows irgendwann mal gelöscht hat. Und hier habe ich Bilder, JPEGs und das sind meine Bilder, die ich drauf hatte. Der Nachteil von Foto-Reck ist leider, dass die Sachen, die hergestellt werden, die sind zwar alle da, aber die Dateinamen sind hier komplett verloren und natürlich auch die Verzeichnisstruktur. Also wäre natürlich schön, wenn ich jetzt hier einen Ordner hätte, wo alle meine Videos drin sind und dann noch einen Ordner, wo alle meine Bilder drin sind. Das ist hier nicht der Fall. Das wird einfach so, wie es gefunden ist, in der Reihenfolge in verschiedene Ordner gespeichert. Dann muss man das per Hand alles hier so raussuchen, muss es dann umbenennen und wieder hierhin kopieren. Ihr könnt auch hier oben in den gefundenen Sachen gezielt nach irgendwelchen Dateiendungen suchen. Hier tippe ich mal ODT ein und da kriege ich hier drei angezeigt. Klicke ich mir mal an und da sehe ich hier meine Dokumente, die ich auch vorhin gelöscht hatte. Die sind auch wieder da. Da kann man auch alles lesen hier. Das ist schon mal ganz gut. Also die Qualität von dem, was wieder hergestellt wurde, die ist sehr gut. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Programme, die sind aber auch sehr oft kostenpflichtig. Die können solche Festplatten auslesen und die können auch die Namen wiederherstellen, zumindest sofern sie natürlich noch vorhanden waren, und auch die Verzeichnisstrukturen. Je nach Zustand der Platte oder Zustand des Gelöschten ist es natürlich leichter möglich oder ein bisschen schwieriger möglich. Aber für das einfache Wiederherstellen von verlorenen Sachen, von aus Versehen gelöschten Sachen, von Sachen, die durch ein Virus oder Ähnliches gelöscht wurden, da ist das Programm Photorec ganz super. Wenn ihr also auf eurer Platte oder auf eurer SSD Sachen drauf habt, die ganz wichtig sind, die verloren gegangen sind, dann solltet ihr natürlich diese Methode, wie es jetzt hier im Video gezeigt ist, nicht machen, sondern den Rechner sofort ausschalten, die Platte ausbauen und an einem anderen Rechner oder Notebook, wie zum Beispiel hier drüben, an so einem Notebook auslesen. Da braucht man meistens einen Adapter zu oder ihr baut die in einen zweiten Rechner eben ein. Diese Methode, wie ihr es jetzt gesehen habt, die geht unheimlich schnell. Da braucht man gar nichts umbauen. Und wenn da zum Beispiel 10.000 Fotos drauf sind, kann natürlich immer sein, dass da ein paar verloren gehen, aber die meisten, die hat man dann wieder. Das geht wie gesagt schnell. Also wenn ihr schnell an eure Daten rankommen müsst, wenn irgendwie vielleicht ihr im Büro sitzt und habt aus Versehen Daten vom Firmenrechner gelöscht, dann könnt ihr das mal so probieren. In den anderen Videos zeige ich, wie man die Platte ausbaut, an einen anderen Rechner anschließt oder wie man sich einen USB-Stick erstellt, von dem bootet und dann die Daten hier aus der Platte ausliest, ohne dass man Gefahr läuft, dass man hier mehr löscht, als man wiederherstellen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die unten in die YouTube-Kommentare. Da antworte ich gerne drauf und guckt mal in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Tipps und Tricks und Links und auch den Link zur Seite tooltime.de. Auf der Seite tooltime.de findet ihr noch hunderte andere Artikel zum Thema Drucker, zum Thema Festplatten, Windows, Notebooks, Handys, wie man die repariert, wie man die auseinanderbaut, wie man die instand setzt, wie man PCs aufschraubt und repariert. Schaut euch einfach mal um, da sind mit sich noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instandsetzt von Canon, Brother usw. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.